Heute klären wir ganz ketzerisch die Frage, ob so ein 5 Euro Schaumstoff-Pop-Schutz gegen einen professionellen Pop-Schutz aus dem Studio-Bereich antreten kann und bestehen kann. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und das sind unsere beiden Kandidaten heute. Ein 5 Euro Schaumstoff-Pop-Schutz aus dem Versandhandel, den ich mir bestellt habe. Wie bin ich da drauf gekommen, den überhaupt zu bestellen? Ist ja so ein bisschen Old-Style so ein Teil. Ich bin neulich bei einer Radioproduktion gewesen und habe gesehen, dass da auf den ganzen Handheld-Mikrofonen, also auf den Mikros, die man in der Hand hält, dass da diese Pop-Schutze drauf sind. Dann bin ich einfach mal zum Tontechniker vom WDR hingegangen, zum Klaus. Ich kann hier mal ein Foto einblenden von Klaus. Und habe ihn gefragt, hey, was hat es mit diesen Pop-Schutzen auf sich? Warum habt ihr die da drauf? Und er sagte, ja, wir möchten die eigentlich generell bei solchen Radioproduktionen immer auf den Mikrofonen drauf haben, weil die einfach diverse Vorteile haben. Man hat weniger Windgeräusche, deswegen heißt das Ding ja auch nicht unbedingt Pop-Schutz, sondern auch Windschutz. Man hat also weniger Windgeräusche, man hat weniger Pop-Laute und die Esses sind nicht so scharf. Und da habe ich gedacht, hm, das ist so ein spannender Ansatz, dieses Ding auch mal im Studio auszuprobieren. Und habe das Ding mal bestellt und habe das dann einfach mal hier auf mein Großmembran-Mikrofon, das AT4060 in diesem Fall, einfach mal draufgestülpt. So, und habe damit eine Aufnahme gemacht und die verglichen mit einer Aufnahme ohne Pop-Schutz und dann natürlich auch mit einer Aufnahme mit dem professionellen Pop-Schutz. Alles drei Aufnahmen, die ich im selben Abstand gemacht habe und so weiter, das können wir uns gleich mal in der Session angucken. Und damit nicht genug, ich habe auch noch Aufnahmen gemacht mit diesem dynamischen Mikrofon von Shure, das Beta 57 und habe damit eine Aufnahme so gemacht und eine Aufnahme mit dem Windschutz drauf, mit dem Pop-Schutz, wie du auch ihn immer nennen möchtest, auf jeden Fall mit dem Schaumstoff obendrauf. Und die Ergebnisse schauen wir uns gleich und hören wir uns gleich vor allem auch mal in der Session an und gucken mal, wie sich dieses 5-Euro-Teil geschlagen hat. Verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da geht es um ein kleines bisschen Voodoo, nämlich warum man den Anteil von einem Stereo-Signal, den linken Anteil im rechten Kanal auch hören kann und umgekehrt und ob man das vermeiden kann. Das schauen wir uns aber gleich nach der Session an. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst. Über einen Daumen nach oben klick oder wenn es dir nicht gefallen haben sollte, dann klick einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und falls du noch kein Teil der Recording-Blog-Familie geworden sein solltest, dann wäre jetzt ein super Zeitpunkt, einfach mal drüber nachzudenken, eben kurz auf den Abo-Knopf zu drücken und daneben nicht die Glocke zu vergessen. Dann kriegst du nämlich einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt. Aber wir gehen jetzt mal in die Session und gucken mal, was bei den Aufnahmen wirklich rausgekommen ist. Also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und da haben wir auch schon die Aufnahmen. Drei Aufnahmen mit dem Großmembran-Mikro und zwei Aufnahmen mit einem handgehaltenen dynamischen Mikrofon. Und ich würde sagen, bevor wir uns mal hier reinhören in die einzelnen Spuren, gucken wir uns doch erstmal an, wie die Aufnahme gelaufen ist. Hier ein kleiner Clip. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schon heftig, wie man das hört. Ich habe hier den Kompressor extra drauf gelassen, den ich für diesen Kanal richtig eingestellt habe, weil du gerade dadurch, dass der Kompressor so stark reagiert, wirklich gut hören kannst, wie das Signal durchschlägt und den Kompressor zur Kompression nötigt. Das heißt, diese Plosivlaute haben so viel Energie, dass der Kompressor gar nicht vernünftig mehr mit dem Material arbeiten kann. Das heißt, diese Lautstärkereduktion, die du gerade gehört hast, die ist natürlich nicht im Signal drin, sondern die ist durch den Kompressor, den ich hier drauf geladen habe, auf die Spur. Wir können mal kurz gucken, was der macht. Das ist der hier. Gucken wir mal, wie der sich verhält. Ich springe hier mal kurz an diese Stelle. Nochmal. Warte, ich gehe nochmal aus dem Zoom raus und dann starten wir das nochmal. Und ich zoome hier nochmal rein, damit du sehen kannst, wie der ausschlägt. Ganz starke Ausschläge an der Nadel. Der Kompressor muss wirklich ganz stark arbeiten und versucht irgendwie die Energie von diesem Plosivlauten zu kompensieren. Also, die Aufnahme ist nicht zu gebrauchen, weil die Windgeräusche, also die Windgeräusche von den H-Lauten und die Plop-Laute, die Plosivlaute, einfach so stark auf die Membran durchschlagen. Also, durchgefallen ohne Popschutz. In der Form nicht brauchbar. Machen wir mal mit Popschutz. Hören wir mal alternativ, wie das klingt. Da hört man schon, dass dieser Popschutz, ich kann Ihnen nochmal kurz zeigen, der ist ja sehr, sehr durchlässig, aber ein Drahtgitter, das wirklich die Luft komplett aufbricht und dafür sorgt, dass eben diese Massen an Luft nicht mehr an der Membran ankommen. Und das kann man hier wirklich sehr schön hören, wie diese kompletten Luftwellen komplett gebrochen werden und gar nicht mehr an der Membran ankommen. Und ich habe mir extra Mühe gegeben, you made the boy in me become a man, wirklich Luft zu bewegen und wirklich mal übermäßig zu betonen. Aber der Windschutz hier, der Popschutz in dem Fall, hat es komplett weggefahren. Wir hören das nochmal. You made the boy in me become a man. Ja, so ist es. Und man kann es sogar an der Wellenform sehen. Oben ohne Popschutz hier bei der Maus und unten ohne. Oben ohne und unten unten mit. Jetzt komme ich schon selber durcheinander. Und hier speziell auch an der Cursor-Position kann man sehen, dass da wirklich ein Signal durchgeschlagen ist, was hier unten vom Popschutz komplett weggehalten wurde. So viel dazu. Das wissen wir, dass so ein professioneller Popschutz auf jeden Fall eine gute Arbeit leistet. Aber wie schlägt sich jetzt der Schaumstoff? Ich bin mal sehr gespannt. Das ist diese Spur. Und wir hören mal kurz rein. Also, Trommelwirbel. Schlägt doch durch, ne? Witzig. Also eigentlich sollte man ja meinen, dass so ein Schaumstoff, ich halte den mal hier hoch, dass so ein Schaumstoff hier doch deutlich brechen sollte. Und zwar eigentlich mindestens genauso gut wie das Metallgitter hier. Ja, aber anscheinend ist die grobe Struktur von dem Metallgitter doch besser geeignet, grobe Luftwellen zu brechen, als so ein Schaumstoff. Zumindest auf Entfernung, ne? Wir hören nochmal weiter. You made the boy and me become a man. Boy become a man war jetzt nicht ganz so schlimm wie vorher. Das heißt, also da hat er einigermaßen gut funktioniert. Mal weiterhören. 28 after 10 with a very real thing. Auch bei 28 ist wirklich einer durchgeschlagen. Das heißt, Aufnahmen mit dem Schaumstoff, zumindest auf dem Großmembran-Mikro und auf Entfernung, so wie ich es gerade gemacht habe und so wie man ja im Studio aufnimmt, kann man nicht gebrauchen. Leider nicht gebrauchen. Ich hätte ja ausprobieren können, was passiert, wenn ich den Popschutz drauf habe, also wenn ich den Windschutz hier drauf habe. Wenn ich ganz nah dran gehe, dann wäre vielleicht eine bessere Aufnahme dabei rausgekommen. Auf der anderen Seite hätte ich dann einen mega fetten Nahbesprechungseffekt gehabt, weil das ja nie in Mikrofone sind. Und das ist dann wiederum das Gegenteil von dem, was ich für einen guten Sound halte. Also zumindest bei diesem Song. Das heißt, auf dem Großmembran-Mikro ist dieser Windschutz, Popschutz, dieser Schaumstoff auf jeden Fall durchgefallen. Aber wir haben ja noch das dynamische Mikrofon. Dies ist nämlich hier. Und dann hören wir doch mal rein, beziehungsweise schauen wir uns erstmal an, wie die Aufnahme gelaufen ist. Auch hier ein kleiner Clip. Ja, like a heatwave, fitten in a mess of a tack. You made the boy and me become a man. 28 after 10, we're the very real bang. Rockin' the palace, we're the most of the show. It's true, we brought the news. Told us what we ought to know. Never forget the day we first met. Like a heatwave, fitten in a mess of a tack. You made the boy and me become a man. 28 after 10, we're the very real bang. Rockin' the palace, we're the most of the show. Make sure you brought the news. Told us what we ought to know. So, jetzt bin ich aber gespannt. Das ist ja die Paradedisziplin und das, was ich gerade schon in der Anmoderation gesagt habe, dass ich beim Radio gesehen habe, dass auf den handgehaltenen Mikrofonen immer der Popschutz drauf ist. Also, hören wir erstmal, wie sich das Ganze verhält ohne den Schaumstoff drauf. Never forget the day we first met. Like a heatwave, fitten in a mess of a tack. Und ich glaube, da konnte man schon ganz gut hören, warum dieses Ding nicht nur Schaumstoff-Popschutz heißt, sondern warum es Windschutz heißt. Denn hier ohne den Schaumstoff drauf hört man wirklich, wie viel Luft bewegt wird beim Singen. Also, jetzt habe ich natürlich hier einen Text, auch der wirklich mit vielen Haars und so, der natürlich für viel Luftbewegung sorgt. Aber das ist, finde ich, schon dramatisch, wie windig das klingt, wenn man keinen Schaumstoff drauf hat. Nochmal. Trotzdem scheinen die Plosivlaute bei diesem dynamischen Mikro, mag auch am Funktionsprinzip liegen, nicht so durchzuschlagen. Das heißt also, da ist auf jeden Fall dieser Punkt jetzt nicht so ausschlaggebend. Die Plosivlaute kommen nicht so gut durch. Und deswegen bietet es sich ja auch an, diese Mikrofone auch auf der Bühne gut zu benutzen. Da, wo man keinen großen Popschutz, so wie man den im Studio hat, aufbauen kann. Oder wo es vielleicht auch unpraktisch wäre, den aufzubauen. Aber schauen wir mal, wie sich die Aufnahme mit dem Schaumstoff geschlagen hat. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Los geht's. Und das finde ich jetzt sehr erstaunlich. Die Windgeräusche sind tatsächlich weg. Und da erklärt sich auch, warum dieses Ding eben nicht Popschutz heißt. Oder nicht nur Popschutz, sondern vor allem Windschutz. Die ganzen Windgeräusche, die beim Singen aus dem Mund rauskommen. Es geht ja nicht um Wind, der von draußen reinkommt. Vielleicht auch, aber hauptsächlich geht es um den Wind, der beim Singen und beim Wörterbilden rauskommt. Und der Wind wird komplett weggefangen und kommt überhaupt nicht im Mikro vor. Das heißt, dieser Windschutz ist tatsächlich sehr effektiv auf diesem Mikrofon. Wir hören mal weiter. Also eine sehr gleichmäßige Aufnahme, keine Windgeräusche. Und somit, glaube ich, können wir sagen, dass so ein 5 Euro Windschutz, so ein Schaumstoffwindschutz, zumindest auf einem handgehaltenen dynamischen Mikrofon sehr viel Sinn machen kann. und da Sachen machen kann, die dieser Popschutz, Profi-Popschutz aus dem Studio nicht machen kann. Denn mit dem kann man definitiv nicht über die Bühne laufen. Mit dem hier auf dem Mikro aber schon. Und damit gehen wir mal rüber zur Frage der Woche. Los geht's. Also wie ich finde, schlägt sich der Schaumstoff gar nicht schlecht. Man muss halt wissen, wofür man ihn benutzen kann. Und dann ist er ja auch richtig. Es ist ja wie bei vielen Sachen so, wenn man sie richtig anwendet, dann haben sie auch ihren Sinn. Wenn man sie falsch anwendet, dann können sie einfach auch gar nicht gewinnen. Und so ist es bei dem Schaumstoff letztendlich auch. Beim Handheld ist es auf jeden Fall eine gute Investition, diese 5 Euro einfach mal anzulegen, wenn dein Sänger oder deine Sängerin mit dem Gefühl klarkommt, in einen Schaumstoff reinzusingen. Das ist ja Geschmackssache. Aber auf jeden Fall Daumen hoch, die 5 Euro sind sicherlich nicht schlecht angelegt. Heute die Frage der Woche kommt von jemandem, von dem ich leider vergessen habe, mir den Namen zu notieren. Falls du es gewesen bist, der mir die Frage gestellt hat, schreib mal deinen Namen unten rein, damit ich das nicht falsch zuordne. Die Frage lautet, hi Jonas, super Videos, vielen, vielen Dank. Wie immer, sehr gerne. Ich habe eine Frage, die mir beim Bauen von Backing-Tracks gekommen ist. Ich nutze Logic Pro X und habe auf dem linken Kanal Klick und Ansagen, rechts ist der Track. Musik ist komplett rechts gepannt und Klick mit Ansagen nach links. Nun das Problem. Höre ich die rechte Seite über einen Kopfhörer einzeln, kann ich trotzdem etwas vom Klick etc. hören. Andersherum ist es dann auch so. Das ist natürlich bei Live-Mucken blöd. Gut, Stereo-Effekte sind ausgeschaltet. Hast du eine Lösung für das Problem? Beste Grüße. Ja, eine Lösung für das Problem. Ich habe zumindest erstmal eine Idee, wo das herkommen kann. Denn es ist ganz oft so, dass es bei günstigeren Interfaces, da kann es durchaus passieren, dass man ein Übersprechen, ein sogenanntes Übersprechen zwischen zwei Kanälen hat. Man muss sich vorstellen, wenn beide Signale von linken und rechtem Kanal zum Beispiel nebeneinander in zwei Drähten laufen würden, dann läuft hier ein Strom durch und hier auch ein Strom durch und der induziert ein kleines Magnetfeld. Dieses Magnetfeld streut aber auch so ein kleines bisschen in den Kanal ein und umgekehrt. Das ist das berühmte Übersprechen zwischen zwei Kanälen. Das kann also dazu führen, dass laute Geräusche, wie zum Beispiel ein Klick, die wirklich ganz definierte, klare Geräusche haben, dass man die durchaus bei günstigen Interfaces und vor allem über günstige Kopfhörerverstärker, die da drinnen verbaut sind, dass die dann auch so ein bisschen Übersprechen auf den anderen Kanal und dass das dann tatsächlich zu dem negativen Effekt führt, dass das, was man eigentlich auf dem rechten Kanal nicht hören möchte, dass das da trotzdem zu hören ist. Tipp meinerseits wäre, da auf jeden Fall ein etwas hochwertigeres Interface zu nehmen und darauf zu achten, in den technischen Werten, was da drin steht, wie groß das Kanalübersprechen zwischen den beiden Kanälen ist. Denn nur wenn das wirklich eine saubere Kanaltrennung hat, auch auf dem elektronischen Wege, dann kann man auch sicherstellen, dass rechts wirklich nur das zu hören ist, was rechts hingehört und links das, was links hingehört. Was ja bei Live-Musik wirklich wichtig ist, wenn du einen Backing-Track mit einer Stereospur machst, dass der Klick wirklich nur links ist und zum Schlagzeuger gelenkt wird und rechts wirklich nur die Musik, weil es wäre auch ein bisschen peinlich, wenn das Publikum mitkriegt, dass da ein Klick mitläuft und dass alle sich daran orientieren und dass da auch ein bisschen Musik vom Band kommt. Das ist zwar heutzutage üblich und auch durchaus legitim, sich damit zu unterstützen mit ein paar Backing-Aufnahmen, aber nichtsdestotrotz wäre es trotzdem ein bisschen komisch, wenn das Publikum auch zu einem Klick-Track tanzen muss. Also mein Tipp, auf jeden Fall gucken, dass du ein hochwertigeres Interface kriegst und bei den Kopfhörer-Verstärkern, du hast ja gesagt, du hörst das auch über Kopfhörer ab, da kann es durchaus auch passieren, dass das übersprechend nur beim Kopfhörer-Abhören ist, aber bei den beiden Live-Ausgängen überhaupt nicht so. Vielleicht hörst du die nochmal getrennt ab, die beiden Ausgänge, ob das da vielleicht auch ist oder ob es vielleicht wirklich tatsächlich nur beim Kopfhörer-Ausgang ist. Soweit von meiner Seite, wenn dir dieses Video gefallen hat, weißt du ja, Daumen nach oben und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassu!